Die Konkurrenz ist stark, wir sind stärker. Wir sind in Wappenhausen in der Joachim-Schulmann-Schule, das ist Herr Braun und er muss die Schule in Dreieich schlagen und mindestens acht Fragen richtig beantworten. Herr Braun, erste Frage. Wie heißt das erste soziale Netzwerk, bei dem sich jeder Post nach ein paar Sekunden selber löscht? Snapchat. Richtig. Ist das zweite Frage. Ist das neue Smartphone S8 ein Telefon von Apple oder Samsung? Samsung. Richtig. Dritte Frage. Welche Latino-Sängerin singt den aktuellen Titel Chantallier? Shakira. Richtig. Vierte Frage. Welche Haarfarbe hat Ed Sheeran? Rot. Richtig. Fünfte Frage. Welche Sängerin hat vor kurzem eine Deichmann-Schuh-Kollektion rausgebracht? Lena. Falsch. Es wäre Ellie Goulding. Sechste Frage. Was sind Extensions? Haarverlängerung. Richtig. Siebte Frage. Wie heißt der aktuelle Bachelor mit Vorname? Sebastian. Richtig. Achte Frage. Von welchem Justin kam der Titelsong zum Film Trolls? Es war Justin... Timberlake. Richtig. Neute Frage. Welche Sängerin hat sich nach einer Farbe benannt? Pink. Richtig. Letzte Frage. Welcher Entertainment-Konzern hat Star Wars gekauft? Sony. Falsch, es wäre Walt Disney. Sie haben eine Minute sieben Sekunden für die acht Fragen gebraucht und die Dreieichschule 52 Sekunden. Was bedeutet, sie sind leider ganz, ganz knapp an der Zeit vorbei, aber wenigstens genauso gut. Und jetzt geht's zum großen Finale in die Europaschule in Bad Vilbel und dort wird dann geschaut, wer schafft es? Europaschule oder doch Dreieich? Wir werden sehen. Dankeschön, Herr Braun. War super. War sehr toll. Aishas Schulduell. Zusammen mit dem Junge-Leute-Startprogramm der mecklenburgischen Versicherungsgruppe. Jetzt neu? Auch mit Handyversicherung.